Jägermittel Plus, guten Tag. Schreiner sein ohne eine Beziehung zum Material, eine Beziehung zum Schaffen, zum etwas Erschaffen, kann man das nicht machen. Wir sind hier als Tischlerei, als eine der 24 Töchter der Jägerausbaugruppe tätig, beschäftigen uns mit modernem, innovativen Innenausbau. Mein Name ist Stefan Wicker, ich bin eine vierten Generation Schachttischler. Das Besondere an dem Job sind sehr, sehr spannende Aufgaben. Wir arbeiten mit unterschiedlichsten Personen, wie Architekten, Planern, Entscheidern in großen Firmen, in kleinen Firmen. Wir arbeiten eigentlich fast ausschließlich für Objektkundschaft. Ich denke, die Qualität ist das, was uns unser Bestehen sichert. Die Qualität ist das, was uns ausmacht, auch gegenüber dem Wettbewerb. Wir sind nicht immer die günstigsten, wir verkaufen nicht unbedingt über den Preis. Die Qualität ist das Merkmal, was wir gerne auch hier aus dem Sauerland raus transportieren, weil der Sauerländer dafür bekannt ist, dass er Dinge zu Ende denkt. Wir verstehen uns immer als beratende und unterstützende Instanz des Architekten, des Planers. Die Ausführung unserer Arbeiten ist in der Regel schon so, dass man uns eine hohe Qualität abverlangt, die dann eben auch funktional und langlebig ist. Die Ausführung unserer Arbeiten ist in der Regel schon so, dass man sicherstellen, 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 dass man sicherstellen. Die Ausführung unserer Arbeiten ist in der Regel schon so, dass man sicherstellen, dass man sicherstellen, dass man sicherstellen, dass man sicherstellen. Die Ausführung unserer Arbeiten ist nicht immer dieser Arbeiten, dass man sicherstellen, dass man sicherstellen, dass man sicherstellen, dass man sicherstellen, dass man so schnell also verweiligt hat und man sicherstellen.